Immer noch gibt es sehr viele Ungereimtheiten rund um die Entwicklungsgeschichte des Panzerkampfwagens 4. Diese sind meist dadurch entstanden, dass nach dem Krieg der Zugang zu den Archiven begrenzt war und viele Autoren, hauptsächlich britische und amerikanische, auf die Daten der eigenen Geheimdienste angewiesen waren, ohne die originellen Dokumente der eigentlichen Hersteller zur Verfügung zu haben. Die hier erläuterten Daten basieren auf den Forschungen der führenden Historiker Thomas Jens, Hilary Doyle und Walter Spielberger, die ihr Leben der Erforschung der deutschen Panzertechnik gewidmet haben. Im Jahre 1934 kam der mittlere Panzer, der ursprünglich mittlerer Traktor genannt wurde, zum Testlauf. Ab dem 3. Oktober 1933 wurde er in Neubaufahrzeug umgenannt. Es war eine Weiterentwicklung des Großtraktors und sollte zum deutschen mittleren Panzer werden. Jedoch bereits mit dem ersten Testlauf wurde klar, dass die Militärs mal wieder zu viel Appetit hatten. Wenn zum Beispiel der Großtraktor, der eine Entwicklungszeit von 5 Jahren hinter sich hatte, viel zu komplex und teuer geworden ist, da er gleichzeitig ein Amphibienfahrzeug sein sollte, so ist der Entwicklungsweg des Neubaufahrzeugs in eine noch größere Saatgasse geraten. Das Ursprungsprojekt wurde durch die Firma Rheinmetall, Wanne und Turm und Grub, zweite Turmvariante, entwickelt und sollte eine Maschine der 15 Tonnen Klasse hervorbringen. Im Endeffekt führten die Ansprüche der 6. Abteilung des Waffenamtes dazu, dass eine 23 Tonnen schwere Maschine zu den Testläufen kam, die komplex und teuer war. Neben offensichtlichen Abweichungen von der Spezifikation gab es auch konzeptionelle Abweichungen, die bereits während der Entwicklung und des Testens aufgedeckt wurden. Erstens von der Idee, einen Flugzeugmotor zu verwenden, musste man absehen, da dieser, ein BMW V, in den niedrigen Drehzahlen 1400 bis 1600 Umdrehungen pro Minute zu viel Drehmoment besaß. Somit musste ein zu großes und zu schweres Getriebe verbaut werden. Zweitens, die Heckanordnung des Getriebes und der Antriebsräder wurde für unglücklich erklärt. Die am Fahrwerk des zukünftigen Panzerkampfwagen 1 durchgeführten Tests zeigen, dass die frontale Anordnung des Getriebes es erlaubt, die Fahrzeuglänge zu reduzieren und die Kettenverlustwahrscheinlichkeit zu minimieren. Drittens, die Unterbringung von zwei Kanonen, eine 37mm und eine 75mm, auf dem Neubaufahrzeug wurde als falsch erkannt. Gemäß dem neuen Konzept beschloss man, mittlere Panzer in Jagd- und Unterstützungspanzer aufzuteilen. Als Jagdpanzer wurde ein 10-Tonnen-Panzer bestimmt, der etwas später die Bezeichnung Zugführerwagen bekam. Das war der zukünftige Panzerkampfwagen 3. Die Spezifikation für den ZW begann man bereits Ende 1933 zu entwickeln, also noch vor dem Bau des ersten Neubaufahrzeugs. Über die Zukunft des Neubaufahrzeugs wurde bereits im Herbst 1934 entschieden. Anfangs trug der neue Panzer die Bezeichnung des verbesserten Neubaufahrzeugs in den Dokumenten. Doch bereits in der Korrespondenz zwischen Krupp und Heereswaffenamt vom 14. November 1934 erwähnte man jedoch eine neue Bezeichnung, BW, das heißt Begleitwagen, also ein Unterstützungspanzer. Diese Unterteilung war jedoch nichts Neues, sondern ein von Großbritannien verfolgtes Konzept. Bereits in den 1920er Jahren schufen die Briten einen Panzer durch die Firma Vickers Medium Tank Mark I und Mark II, die in zwei Varianten hergestellt wurden. Eine mit einer 47mm Kanone, die nur panzerbrechende Munition hatte. Die zweite mit einer 94mm Haubize, die nur Spreng- und Rauchgranaten hatte. Auch die UdSSR entwickelte Unterstützungspanzer wie D-38, D-26-4, BT-7 Artillerie. Bis zu einem gewissen Grad war der T-28 auch ein Unterstützungspanzer, aber der Einbau einer Langlaufkanone befand sich bereits zum Zeitpunkt der Serienreife in den Plänen. Zu dieser Zeit war Edward Grote der Einzige, der eine langläufige Kanone mittleren Kalibers in einem mittleren Panzer steckte. Doch seine Maschine blieb nur ein Versuchsträger. Um die Panzer dieser Zeit zu bekämpfen, reichten Kanonen der Kaliber 37-47mm aus und kurzläufige Haubizen mit größeren Kalibern sollten mit leichten Befestigungen fertig werden. Unterstützungspanzer, die als Helfer für Jagdpanzer fungierten, sollten in kleinen Mengen hergestellt werden. Jedoch nur die Deutschen haben einen solchen Panzer von Grund auf neu erschaffen. Die anderen machten Unterstützungspanzer aus Modifikationen bestehender Fahrzeuge. Infolgedessen hatten die Deutschen Ende der 30er Jahre zwei Panzer mit einer sehr ähnlichen Masse, Panzerung und demselben Motor, die jedoch völlig unterschiedliche Anwendungen hatten. Wer hätte in diesem Moment gedacht, dass ein hochspezialisierter BW den Panzer, den er unterstützen sollte, überleben wird? Entsprechend dem anfänglichen Plan sollte die Entwicklung auch wieder wie beim Neubaufahrzeug aufgeteilt werden. Reihenmetall sollte die Wanne mit dem Fahrwerk und Krupp den Turm entwickeln. Das war völlig normal für den deutschen Panzerbau. Für den Panzerkampfwagen III zum Beispiel wurde von Daimler-Benz die Wanne mit dem Fahrwerk und von Krupp der Turm entwickelt. Der Tiger I und der Tiger II sind beide mit dem Fahrwerk von Henschel und dem Turm von Krupp. Im Konzept sollte der neue Panzer mit dem Entwicklungsauftrag vom 25. Februar 1935 das darstellen, was das Neubaufahrzeug ursprünglich sein sollte. Die Gefechtsmasse sollte 17 bis 18 Tonnen sein. Die Bewaffnung sollte bestehen aus einer 75mm-Kanone mit einem kurzen Lauf und einem MG im Hauptturm und einem Zusatz-MG in einem Nebenturm, angeordnet vorne. Die Besatzung bestand aus sechs Mann, Kommandeur, Richtschütze, Ladeschütze, MG-Schütze im Kleinturm, Funker und Fahrer. Reihenmetall benutzte maximal die bereits entwickelten Komponenten des vorherigen Panzers. Das Fahrwerk hatte den Ursprung im Neubaufahrzeug. Andererseits war der Panzer mit dem Vorgänger absolut nicht ähnlich. Kompaktere Anordnung des Getriebes vorne, dabei wurde die Wanne flacher als die des Neubaufahrzeugs. Als Motor wurde der Maybach HL100TR verwendet. Dieser V12-Motor mit einem Hubraum von 10 Liter entwickelte eine Leistung von 300 PS. Der gleiche Motor sollte auch den ZW antreiben. In der Wanne im vorderen Teil wurden Klappen vorgesehen, die der Wartungsfreundlichkeit des Getriebes dienen sollten, aber nicht dem besseren Schutz. Der Turm von Krupp war eine komplette Neuentwicklung und wurde mit dem Turm des ZW maximal vereinheitlicht, indem man die Kommandeurskuppel und die Seitenlücken gleich übernahm. Die gesamte Form erinnerte auch an die des ZW. Die Wahl der Kanone ist auf die 7,5 cm L24 gefallen. Der Vertrag zur Fertigung des Versuchsturmes wurde am 3. Januar 1936 unterzeichnet. Der kleine MG-Turm wurde dort auch erwähnt, aber nie gebaut. Im Mai wurde der Hauptturm fertig. Der Versuchspanzer war auch im Mai 1936 fertig, doch der Turm wurde nicht aufgebaut. Er bekam Modifikationen im Laufe der Probeläufe. Eigentlich sollte Krupp nur Türme entwickeln, doch der Waffengigant aus Essen wollte ein größeres Stück vom leckeren Rüstungsvertrag haben. Bereits 1934 deutete einer der Konzernleiter Ritter beim Schriftwechsel dem Heereswaffenamt an, dass er mehr könnte. Am 13. April 1935 zeigte Krupp seine Vorstellung des BW. Waffe und Motor waren die gleichen wie beim Rheinmetall, jedoch schlug Krupp zwei Varianten vor. Eine Variante mit Panzerung 14-20mm und 6 Fahrrollen je Seite, die andere mit einer Panzerung von 20-30mm und 8 Fahrrollen je Seite. Am 13. Juli 1935 wurde ein Auftrag zur Fertigung des Krupp-Prototypen BW-1KP vergeben. Am 14. Oktober wurde noch ein Auftrag zur Fertigung des BW-2KP an Krupp vergeben. Bei den gebauten Maschinen gab es noch weniger Unterschiede als auf dem Papier. Die wichtigsten Unterschiede lagen im Fahrwerk, da der BW-2 eine Drehstabfederung mit Fahrrollen mit großem Durchmesser bekam. Der erste Prototyp von Krupp war früher fertig als der Konkurrent von Rheinmetall. Bereits am 30. April 1936. Statt des MG-Turmes hat man eine Kugelblende für das MG verbaut und die Bedienung des MG dem Funker übertragen. Somit konnte die Mannschaft von 6 auf 5 Mann reduziert werden. Der gefertigte Turm wurde auf den BW-1 verbaut und der BW-2 fuhr ohne Turmprobe wie auch der Rheinmetallpanzer. Im Sommer 1936 begannen die Probeläufe und der erste Prototyp hatte 2043 Kilometer auf den Ketten gefahren. Bereits die ersten Läufe zeigten den Vorteil der Krupp-Maschine vor der Rheinmetallentwicklung des BW und sogar des ZW. Die Maschine zeigte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 kmh, doch der zweite Prototyp von Krupp war weniger gelungen, wegen dem unglücklichen Drehstabfahrwerk. Seitdem mochten die Krupp-Ingenieure keine Drehstabfederung, obwohl der Fehler eher in dem zu komplexen Schema der Rollenanordnung lag. Drei Wegen mit je zwei Rollen. Bei der Drehstabfederung sollten die Rollen eher unabhängig voneinander sein. Im Dezember 1936 wurde der Vertrag zur Fertigung der Erstserie BW unterzeichnet. Der Panzer wurde Panzerkampfwagen 4 Ausführung A genannt und unterschied sich stark von den Prototypen. Fahrwerk, Wanne und Turm wurden verändert, Motor und Getriebe ausgetauscht. Jedoch die Hauptbasis blieb während der gesamten Serienfertigung immer gleich, was von einer gelungenen Entwicklung spricht. Das kann man nicht von dem Panzerkampfwagen 3 behaupten, dessen erste vier Versionen eher als Versuchsträger zu sehen sind. Faktisch wurde die erste vollwertige Serie des Panzerkampfwagen 3 erst mit dem ZW 38 gebaut. Weiter bekannt als Panzerkampfwagen 3 Ausführung E. Doch die erreichten 70 kmh konnten aber nur kurzzeitig gehalten werden. Danach ging das Fahrwerk kaputt. Jedoch hatte man zumindest die passende Variante des Fahrwerks gefunden. Zur Herstellung des Panzerkampfwagen 3 wurde die Firma M1 hinzugezogen, die zusammen mit dem Daimler-Benz nur 96 Panzer produzierten. Insgesamt zum 1. September 1939 wurden 196 Panzerkampfwagen 3, der ein Hauptpanzer sein sollte, aller Varianten gebaut. Von dem Panzerkampfwagen 4, dem Unterstützungsfahrzeug, wurden derweil 217 Stück gebaut. Was wurde aus den Prototypen? Der erste ging an die Panzerschule in Metzingen. Auf dem zweiten wurde 1938 ein neuer Turmunterbau erprobt, der später auf den Panzerkampfwagen 4 Ausführung B verbaut wurde. In 1939 wurde der BW 2 KP mit dem unglücklichen Drehstabfederung zum Brückenleger umgebaut. Der BW 1 KP bekam im Winter 1940 ein neues Fahrwerk. Doch Krupp ging noch weiter und erarbeitete auf der gleichen Basis eine noch spezifischere Maschine. Diese sollte Rauchwagen heißen, RW. In den Turm wurde eine 105 mm Haubitze verbaut, die 16 Kaliber lang war. Diese Kanone hätte sogar mehr Durchschlagspotenzial als die 7,5 cm L24 des BW, da diese nur 25 mm auf 700 m durchschlagen konnte. Die Franzosenpanzer der Zeit hatten bereits 40 mm Panzerung. Dieses Projekt erreichte die praktische Phase und im Winter 1938 bekam Krupp den ersten Versuchsturm geliefert, der für die neue Kanone umgebaut wurde. Im April 1938 wurde der Turm auf den BW 2 KP verbaut, der zu diesem Zeitpunkt den neuen Turmunterbau bekam. Im Herbst wurde der Turm wieder demontiert und den Panzer ebenfalls zum Brückenleger umgebaut. Damit endete die Geschichte des Rauchwagens. Im Herbst wurde der Turm wieder.